das war wieder der lucky headshot ja natürlich keine ahnung von wo ich komme gleich zu dir warten das heavy set gold aufgeladen ist ich hab zeit du auch ernsthaft er hat f11 gedrückt oder wurde vom anderen k98 schützen weg geholt alter war jetzt geschossen da andere ist das doch noch eine das ist ja so sniper für solche ist ja der wahnsinn ist das wieder eine peinliche vorstellung ohne scheiß normal gehe ich ja eigentlich aus aber weil die ja wirklich noch die qualität haben das spiel zu gewinnen kann ich nicht gehen der eine lässt den anderen oben im strich gut ich rechne nicht mehr mit ihm von oben weil da oben immer mit he reingehalten wird ich kann irgendwo anders stehen ja 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 andere seite muss ich haben da kommt er ein einziges mal durch jetzt lassen sie sich schon wieder traurig ich bin nicht ein ganzes ich bin nicht ein ganzes ich bin nicht ein ganzes Ah, ja. hoffentlich keine hoffentlich keine jetzt will ich einmal nachladen habe ich noch einstellen ja man jetzt haben was so jetzt ist der wille gebrochen ein solo von mir reich mal wieder aus und das ganze spiel dann zu reisen manchmal brauchst du wirklich nur einen guten mann der ein meiner aktion reist und dann ist die nummer durch die bammel die bunten so wenig schaden auf der distanz habe in folge drauf bleib hier das ende im geländer jetzt kann ich nicht mehr es ist vorbei bei joni mond was hatte ich vorher 16 oder 15 hier ich halte die stellung bis zum bitteren ende ich könnte jetzt 11 drücken für die kd so nötig habe ich dann aber auch nicht